Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge E-BREVIE BADBUSZ und ja! Ich habe gerade schon eine kleine Runde aufgenommen, die wird aber nach dieser hier irgendwann veröffentlicht. Die ging extrem schnell, kann ich schon mal vorweg sagen. Wird auch als einzelnes Video kommen. Und ja, ich habe zwar ein Thema umzusprechen heute und zwar wollte ich mich nochmal bedanken bei meinem Intro-Designer Nosenko. Er hat mich einfach mit einem Intro überrascht zu meinen 15.000 Abonnenten, die jetzt ja mittlerweile auch schon wieder 16.000 sind. Und das ging einfach alles so fucking schnell in letzter Zeit wegen diesem Stream-Crash-Video. Auch deswegen nochmal eine Frage. Wollt ihr mehr Stream-Crashs? Und wenn ja, schreibt euch mal Ideen für so Stream-Crashs rein. Denn immer nur kleiner als 3, kleiner als 3 ist ja auch langweilig. Und vielleicht kann man da ja irgendwie auch noch mit den Streamern selber ja im Game oder sowas irgendwie verarschen oder so. I don't know. Ähm, okay. Hätte nicht gedacht, das ist ja noch respawned. Ja, auf jeden Fall, ähm, schreibt dafür mal Ideen in die Kommentare. Und schaut bei Nosenko vorbei. Lassenab oder bei die. Für das sicke Intro, das ihr wahrscheinlich schon am Anfang gesehen habt. Und auch schon in dem, äh, anderen Video benutzt wurde. Vorher, glaub ich. Vor zwei Tagen ist es jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das Video heute noch online bekomme. Äh, wer... Der Reduce ist aber fett, das Knockback, alter. Hast du Leute, die das können? Mensch. So. Wegen wir mal. Uh, der kommt zu uns. Der kommt zu uns, der kommt zu uns, der Dude. Meeeeeeensch. Geht doch. Bett von Team Leader wurde sogar gerade eben abgebaut. Mensch, wie romantisch. Diese Teamarbeit von Weiß und mir, ey. Die hat man die Clam nicht. So. Ne, da brauch ich mehr Blöcker. Äh. So, passt schon. Ey, da wird schon wieder so ne schnelle Runde, alter. Wenn ich jetzt nicht so behindert gelaufen wäre. Weil ich glaub, das wär mein Nachbar normalerweise. Alter Vater. Ja. Damit ist auch diese Runde schon vorbei. Äh, ich glaub, diese andere ist so schnelle Runde. Wird dann morgen oder übermorgen kommen. Auch da hab ich ein ganz, ganz kleines Thema dabei. Äh, ja. Ich hoffe, ich konnte das Thema dieses Videos ein bisschen rüberbringen. Ähm. Erstmal die Frage an euch. Ob ihr mehr Streamcasts wollt. Und wenn ja. Was für welche. Paar Ideen in die Kommentare schreiben. Und dass ihr mal bei Nusinko vorbeischaut. Für das sicke Intro, das ihr mir gemacht habt. Ansonsten grüß ich gern raus. Und ciao. Ciao.